Max ist natürlich auch, dass er klein ist. Wenn man sich das mal anschaut, den kann man ja überall verstauen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist ja ein kleines, handliches Gerät. Hat hinten Haltegriff, genau. Und das heißt, wenn ich sage, okay, morgen benutze ich ihn mal nicht oder ich kriege Besuch und das muss nicht im Wohnzimmer stehen, dann kann man das schnell mal im Schrank verstauen. Aber Sie werden ihn sofort wieder rausholen, weil das ist eine Wohltat. Das ist die Wellness-Oase für zu Hause. Und jetzt ist es erneut mal wieder so weit, dass ich Ihnen leider aus Fairness-Grunden mitteilen muss, dass wir so Richtung Begrenzung laufen. Wir haben nur noch 278 Mal unseren Schimax. So viele sind schon weggegangen. Ich weiß, dass Sie genauso begeistert sind wie ich. Ich habe unseren Schimax auch das erste Mal kennenlernen dürfen. Vielleicht Sie auch, aber Sie sind genauso kräftig am Bestellen, wie ich es nach der Sendung tun werde. Weil dieses Gerät, diese Wellness-Oase, die gönne ich mir. Nochmal, wenn ich höre, 15 Minuten am Schimax, Sie müssen ja gar nichts tun, sich entspannen, ersetzen, einen anderthalbstündigen Fußmarsch, dann bin ich sofort dabei. Und Sie sind es nämlich auch. Deswegen haben wir so volle Leitung. Ich finde, das ist eine ganz geniale Sache. Gerade frisch kennengelernt und hat mich überzeugt. Ist ja auch nicht bei allen Geräten so. Ich meine, wie viel probiert man aus im Leben und sagt, das braucht man nicht, das kann man sich sparen. Das ist einfach eine Genialität, die perfekt umgesetzt worden ist. Und wie alles natürlich haben wir hier immer die beste Qualität. Das wird ja auf Herz und Niere geprüft. Das ist also ein Qualitätsgerät, unser Schimax, welches Sie über die nächsten Jahre nutzen werden. Ich glaube auch, dass es einen Riesen-Hype geben wird innerhalb der Familie. Wenn man in einer Familie wohnt, dass dann natürlich Junior sagt, ich will da auch mal ran. Dass die Mutter sagt, nee, aber jetzt bin ich dran. Und wenn der Papa nach Hause kommt, dann wird nochmal unser Schimax rausgeholt. Super geniale Sache. Und dafür ist der Preis natürlich auch so was von klein und gering. 263 Stück jetzt nur noch. Sie kaufen risikofrei. Ich kann immer nur sagen, Sie können hier stets nur dazugewinnen. Es gibt wenige Situationen im Leben, das werden Sie auch im Laufe Ihres Lebens erlebt haben, in welchen man sagen kann, man kann...